Kontrollverlust, Aufbaufase und Spielmaschinen Gulem.de hat in dieser Woche ein Sicherheitsproblem bei den Windows-Kacheln aufgedeckt. Die animierten Rechtecke im Startmenü von Windows 10 konnten über eine Sicherheitslücke von uns kontrolliert werden. Die Windows Live-Tiles können Webseiten-Kurzinfos auf Windows-Kacheln anzeigen. Doch der zugehörige Service von Microsoft wurde vor kurzem abgeschaltet. Dabei vergaß Microsoft, die entsprechenden Name-Server-Einträge zu löschen. Wir konnten den Service mit einem Subdomain-Takeover-Angriff übernehmen und waren in der Lage, für unzählige Webseiten die Inhalte auf den Windows-Kacheln auf Computern weltweit zu kontrollieren. Anno 1800 und Workers and Resources gehören zum gleichen Genre. In beiden bauen wir zuerst Wohnhäuser und dann eine Wirtschaft auf. Beide Spiele haben sich in unseren Tests richtig gut gemacht, vor allem aber als sehr eigenständig entpuppt. In Anno 1800 segeln wir in Schiffen über die im Sonnenlicht funkelnden Meere. In Workers and Resources managen wir einen sozialistischen Staat, inklusive Devisenhandel, Rundfunkpropaganda und Mangelwirtschaft. Trotz aller Unterschiede sind beide Aufbauspiele mit viel Tiefe, die uns viel Spaß gemacht haben und viele Monate an anspruchsvoller Unterhaltung bieten. Upload-Filter und Leistungsschutzrecht haben die letzte Hürde genommen. Die Bundesregierung stimmte der Urheberrechtsreform zu. Doch sie hat weiter Bedenken. Mit einer mehrseitigen Protokollerklärung hat die Regierung ihre Vorbehalte zum Ausdruck gebracht. Die Bundesregierung geht deshalb davon aus, dass dieser Dialog vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu gewährleisten, Upload-Filter nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen und die Nutzerrechte zu wahren. Doch Kritiker halten dies für Augenwischerei. Denn Deutschland muss bei der Reform die Vorgaben der EU-Richtlinie beachten. Diese machen Filter praktisch unvermeidlich, um das Hochladen unlizenzierter Inhalte zu vermeiden. Deutschland und die übrigen EU-Staaten müssen die Reform nun innerhalb von zwei Jahren umsetzen. So viel wie in dieser Woche hat sich bei den Konsolen schon lange nicht mehr getan. Microsoft hat die Xbox One S All Digital angekündigt. Eine Xbox One ohne Laufwerk. Eigentlich nichts Dramatisches, aber immerhin die erste Großkonsole überhaupt, bei der Spiele nur per Download auf die Festplatte kommen. Apropos Festplatte. In der nächsten PlayStation wird es keine klassischen Hard Drives mehr geben, sondern besonders schnellen Massenspeicher. Mehr hat Sony noch nicht verraten, aber immerhin bestätigt, dass der Chip der nächsten PlayStation erneut von AMD stammt und in 7 Nanometern gefertigt wird. In ihm stecken acht CPU-Kerne mit Zen 2, Architektur und eine Radeon-Grafikeinheit mit Navi-Technik samt Raytracing-Unterstützung. Nach über zwei Jahre anhaltenden Rechtsstreitigkeiten haben sich Apple und Qualcomm geeinigt. Apple zahlt eine Entschädigung an Qualcomm und wird mindestens sechs Jahre lang 5G-Modems für iPhones kaufen. Großer Verlierer ist Intel, dort wird die Entwicklung von 5G-Basebands eingestellt. Nach vier Jahren hat Apple ein neues iPad Mini auf den Markt gebracht. Im Golem.de-Test zeigt sich schnell, dass das Gerät eines der aktuell leistungsfähigsten kleinen Tablets am Markt ist. Im Inneren läuft das gleiche SoC wie in den aktuellen iPhones. Das Display unterstützt den Apple Pencil, was das Tablet ideal für Notizen macht. Zu haben ist es ab 450 Euro, der Stift kostet allerdings extra. Google Fiber zahlt 3,84 Millionen US-Dollar an die Stadt Louisville im Bundesstaat Kentucky, um Schäden aus einem missglückten FTTH-Ausbau zu beheben. Dort versuchte der Netzbetreiber Glasfaser mit flacherem Trenching als üblich zu verlegen. Gräben von nur fünf Zentimetern Tiefe wurden gegraben, die mit einer gummiartigen Flüssigkeit gefüllt wurden. Doch nach nur wenigen Monaten poppten die Glasfaserkabel wieder heraus. In der EU sollen Autos zunächst per WLAN untereinander kommunizieren. Das Europaparlament stimmte einem Vorschlag der EU-Kommission zu. Der Datenaustausch per LTE oder 5G kann später hinzukommen. Doch verschiedene Autohersteller und Mobilfunkbetreiber wollen die Pläne stoppen. Mit dem vorläufigen Einsatz der WLAN-Technik könnte sich der Ausbau von 5G verzögern, so warnen sie. Was gibt es Neues bei Lithium-Ionen-Akkus? Ein Buch fasst die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich zusammen. Der Autor ist aber kein Mensch, sondern ein Algorithmus, den Computerlinguisten aus Frankfurt entwickelt haben. Es ist das erste Mal, dass ein wissenschaftlicher Verlag ein Buch herausgibt, das ein Computer erzeugt hat. Das war's auch schon vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017